Hallo Leute und willkommen zurück bei The Sims 4, die Runaway Team Challenge. Jetzt sind zwei Tage lang die Folgen ausgefallen, das tut mir sehr leid. Jetzt wird es aber wie gewohnt weitergehen. Chloe brät sich hier gerade noch ein paar Marshmallows und ich denke, es wird Zeit, hier mal ein bisschen aufzuräumen. Den hier könnten wir eigentlich mal weglegen. Chloe, hör mal auf, die Marshmallows zu machen. Das ist zwar alles sehr schön, aber trotzdem, jetzt muss hier ein bisschen aufgeräumt werden und vor allem auch ein bisschen was verkauft werden. Möchtest du jetzt da erst weitermachen, Chloe? Ja, ich weiß ja nicht. Marshmallow grillen. Pass auf, das kannst du eventuell später machen, wenn wir dann überhaupt noch die Feuerstelle haben. Denn ich glaube, wir müssen wieder ein paar Dinge hier verkaufen. Hast du den jetzt in den Mund gesteckt? Ich glaube ja, oder? Na gut, leg erstmal den Kuchen weg, das ist ganz gut. Und ich überlege gerade, nimmst du die Teller, was machst du jetzt? Du solltest sie noch weglegen, am besten in den Kühlschrank. Das wäre nämlich supi. So, und ich frage mich jetzt gerade, wie ist das? Kann ich die Teller einfach mal irgendwo, pass mal auf, wir haben doch da jetzt eine Tonne, damit Chloe hier nicht die ganze Arbeit alleine hat. Und als ich gerade das Spiel gestartet habe, ist eine Meldung eingetroffen. Und zwar, pass mal auf, Chloe, du kannst hier weiterentwickeln und mal ein bisschen was an den Pflanzen machen, während ich hier aufräume. So, das war's mit dem Weiterentwickeln. Und jetzt kannst du, ja, kannst von mir aus jäten. Ja, es ist eine Meldung eingetroffen. Und zwar sind die Rechnungen mal wieder eingetroffen. Und ich kann euch nicht sagen, woran das liegt, dass die Rechnungen schon wieder so hoch sind. Denn sie betragen 2800 Simoleons schon wieder. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, woran das liegt. Liegt es immer noch daran, dass ich im Haushaltsinventar den ganzen Krempel habe, den ich aber nie genutzt habe. Ich habe ja am Anfang, als ich die Challenge gestartet habe, habe ich ganz viele teure Sachen gekauft, damit sie das Geld los wird. Und ich weiß nicht. Ich hatte diese Fernseher und alles, was ich da gekauft habe, nie in Betrieb. Deshalb weiß ich nicht, warum die Rechnungen so hoch sind. Ich werde mal schauen, dass ich die Dinge aus dem Inventar, die ich jetzt habe, dass ich die auf jeden Fall verkaufe. Das mache ich dann vermutlich offscreen, weil ich dann ein bisschen wieder mit Cheats arbeiten muss, dass wir natürlich das ganze Geld nicht haben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Chloe, warte mal. Kannst du nicht hier noch ein bisschen was anderes machen? Wie viel Pflanze sprechen? Alles ernten. Hier, da kannst du noch was weiterentwickeln, sehe ich gerade. Und dann kannst du alles ernten. Ja, das werde ich vermutlich offscreen machen. Also die Sachen, die ich jetzt im Inventar habe, im Haushaltsinventar, die möchte ich gerne da rausbekommen. Vielleicht geht das auch irgendwie mit einem Cheat, ansonsten muss ich sie verkaufen. Das würde bedeuten, wir haben wieder ganz viel Kohle und das wollen wir ja nicht. Und dann müsste ich vermutlich mit einem Cheat arbeiten, so, dass wir auf das Geld kommen, was wir denn tatsächlich haben. Und jetzt muss ich erst mal überlegen, was ich denn hier von dem Kram wieder verkaufe. Vermutlich alles, ne? Ich brauche die Feuerstelle nicht unbedingt. Das ist zwar schön, das macht auch Spaß mit der Feuerstelle, aber wir brauchen sie nicht. Die Bank ist auch unnötig. Das hier wäre eigentlich ganz cool, damit sie sich auch mal hinsetzen kann zum Essen. Das Problem dabei ist einfach, ich würde sie ja gerne vor dem Fernseher essen lassen, damit wir da auch das Bedürfnis irgendwie stillen können. Aber gut. Geh erst mal zur Toilette und dann hast du Hunger, ne? Du arme Maus, hast du da jetzt den Kuchen reingepackt? Ja, sehr gut. Und wir haben noch ein bisschen Grillkäse. Dann würde ich sagen, nehmen wir den. Und dazu kannst du dann, wie gesagt, ein bisschen Fernsehen schauen, von mir aus den Comedy-Kanal. Und dann kannst du hier noch was weiterentwickeln. So, irgendwas los in der Nachbarschaft? Nein, noch ist alles ruhig. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal eben ganz schnell in den Baumodus und verkaufen den ganzen Kram wieder. So, verkaufen. Jawohl. Auch verkaufen. Und auch verkaufen. Na, die Bank, das ist so eine Sache, ne? Nee, komm, die kommt auch erst mal weg. So, das heißt, alles, was wir für den Geburtstag gekauft haben, ist jetzt wieder weg. Wir haben 1000 Simoleons. Oh, die Toilette. Oh, das sieht nicht gut aus. Pass mal auf, das kannst du dann nachher säubern. Jetzt erst mal ein bisschen Fernsehen schauen. Uh, sie ist selbstsicher. Sehr gut. Und ich denke, unsere nächste Anschaffung für das Haus wird dann tatsächlich hier ein Sofa sein. Könnten wir uns vielleicht auch jetzt schon leisten, aber gut. Wir lassen sie erst mal machen. Ja, Chloe ist jetzt eine junge Erwachsene. Das heißt, wir können jetzt einen Job annehmen, was mich sehr freut, damit wir ein bisschen schneller Geld reinbekommen. Ach, der Julian, ne? Ja, natürlich. So, die Frage ist, das möchte ich natürlich nicht alleine entscheiden, sondern gerne mit euch zusammen. Was schlagt ihr vor? Welchen Job sollen wir für Chloe wählen? Sollen wir einen der Jobs nehmen, die das An-die-Arbeit-Gameplay-Pack beinhalten? Also, entweder Polizistin, Ärztin, Wissenschaftlerin. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil die Karrieren kennen wir, glaube ich, schon zu Genüge aus dem normalen Sims-Let's Play. Und ich finde auch alles nicht unbedingt passend für Chloe. Wir haben, soweit ich weiß, den Beruf als Musikerin. Das würde am ehesten zu ihr passen. Die Sache dabei ist halt, ja, wir gehen nicht wirklich zur Arbeit. Ihr wisst ja, wie es ist. Was haltet ihr davon? Oder seid ihr dafür, dass wir irgendwie einen Beruf ergreifen, wo wir mit ihr zur Arbeit gehen können? Aber da kann ich euch schon mal sagen, die Karrieren, oder ja, eigentlich alle Karrieren, sind zumindest am Anfang, wenn man sich hocharbeiten muss, nicht ganz so spannend. Wer das normale Sims-Let's Play kennt, der wird wissen, dass sich das irgendwie schnell ausgelutscht hat, sage ich mal. Aber gut, schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare. So, Chloe, du hast hier echt ein bisschen was vor, ne? Wenn du jetzt ein bisschen schneller futtern würdest... Ich glaube, das spule ich direkt mal vor. Sehr schön. Ja, nee, du brauchst jetzt auch nicht mehr Fernsehen schauen. Jetzt kannst du erst mal die Pflanze weiterentwickeln. Uh, sie ist verspielt. Wie schön. So, da wird die Toilette erst mal gereinigt, dann wird geduscht. Und dann geht es dir soweit gut. Okay. Dann werde ich währenddessen mal schauen, was haben wir im Inventar? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ah, das ist eine Tulpe. Ach, cool. Die können alle weg. 15 Simoleons. Dann haben wir die Gänseblümchen. Die können auch weg. So, und hier haben wir jetzt den Frosch. Ah, wir können schon wieder züchten. Das ist super. Sehr gut. Haben jetzt zwei davon und da wird einer direkt verkauft. Oh, diese Froschzucht ist wirklich großartig, ne? Muss man ja sagen. Das geht ganz schön fix. Hier kannst du noch mal eine Pflanze weiterentwickeln. Und ja, bei den anderen sieht es ganz gut aus. Kannst du mal alle bewässern danach. Und ja, dann müssen wir schauen, ob wir jetzt tatsächlich unsere Kohle weiterhin durch Frösche, Pflanzen etc. verdienen. Oder ob wir dann, ich mach mal den Fernseher aus, ob wir dann einen Job suchen. Also ich würde mir natürlich sehr bald gerne einen Job suchen. Ich warte da eure Kommentare nochmal ab. Und ja, was können wir noch als junge Erwachsene? Wir können jetzt, wir können jetzt Männer aufreißen. Oder auch Frauen. Ganz egal. Wir können jemanden aufreißen und Kinder bekommen und techten Mächtel. Und ja, ich freue mich. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Das ist immer schön. Und hier geht es soweit gut. Das freut mich gerade echt, Chloe. Ja, und mit den Rechnungen, wie gesagt, werde ich dann mal schauen. Werden wir jetzt garantiert nicht bezahlen. So, ich würde ganz gerne hier hinten nochmal, da können wir nach dem Frosch suchen. Und hier können wir dann ein bisschen graben. Und dann werde ich mal schauen. Vielleicht ist es die Dawn oder ist es die schwarze Rainbow? Ich glaube, es war die Dawn. Und ja, genau, was ich noch sagen wollte. Chloe altert jetzt natürlich, logischerweise. Sonst würde die Challenge auch wenig Sinn ergeben. Die Sache ist aber, dass nur Chloe altert. Also der Rest der Sims altert nicht. Max und Kate und alle werden auf ewig Teenies bleiben. Ich hoffe, das ist so in Ordnung für euch. Das ist dann zwar ein bisschen unrealistisch, wenn sie irgendwann als Oma mit der jungen Max plaudert. Aber wenn die Challenge mal irgendwann vorbei ist, möchte ich natürlich auch gerne Max und Kate und auch natürlich Chloe, die junge Chloe dann, ja, hier trotzdem in der Welt haben. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Von daher werden die erstmal nicht mit altern. So habe ich mir das überlegt. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, dass das doch funktioniert, also, wie ich meine, dass wir trotzdem alle altern lassen müssen, bis es später alle verjüngen, wenn das irgendwie funktioniert. Ja gut, könnten wir das immer noch machen. Ich quatsche gerade so viel. Mein Gott, habe ich zwei Tage nicht aufgenommen und bin jetzt am plaudern ohne Ende. Ja gut, äh, was ist hier eigentlich? Sechs Stunden Musik hören. Ja, ja, wir könnten ja, pass mal auf, wir könnten ja mal schauen, reisen, oh, das wäre auch noch cool, Jobs suchen. Das machen wir gleich mal. Ich will nur mal kurz reinschauen, was es da alles so gibt, damit ihr auch, falls ihr damit entscheiden möchtet, auf dem neuesten Stand seid, was es überhaupt alles so gibt. Ich finde, das vergesst man immer so schnell. Na, hast du einen schönen Frosch gefunden? Oh. Ein Eierpflanzenfrosch. Gut, soweit ich mich erinnere, ist der so gut wie nichts wert. Eierpflanzenfrosch. Jo, zehn Simoleons. Du kommst direkt mal weg, natürlich. Und, was haben wir hier Schönes? Oh, sie lacht nur, sie freut sich gar nicht so doll. So doll, ach, eine Schatzkarte nur. Ja gut. Ah, guckst du nach einem Job? Ein blauer Schmetterling, habt ihr das gerade gesehen? Oh, wie passend ist das, ne? Wie passend ist das, ein blauer Schmetterling. So, Karriere für Chloe wählen. Wir haben einmal die Polizistin. Wir haben die Wissenschaftlerin, Ärztin, Astronautin. Muss ich sagen, finde ich ziemlich cool. Vor allem, ich hatte es ja schon mal in einer Folge gesagt, ich hätte super gerne eine Rakete. Ich weiß nicht, ob es unbedingt zu Chloe passt, aber nun gut. Business. Synergie, Effizienz, Gewinn. Wenn es dir bereits beim bloßen Klang dieser Worte aus dem Wirtschaftsbereich in den Fingern kribbelt. Oh Gott, nein, bitte nicht. Das finde ich nicht so cool. Entertainerin. Ja, Musik halt, ne? Musikerin wäre schon super. Geheimagentin ist natürlich auch cool. Je mehr du lernst, desto schwerer kommt man dir auf die Schliche. Berufszweig. Diamantenagentin und Schwurkin. Oh, und hier haben wir Musikerin oder Komikerin. Ich finde Musikerin wäre natürlich super passend. Köchin oder Mixerin. Ja gut, das ist mal wieder die Malerin. Würden wir natürlich einiges an Geld verdienen, aber ich weiß nicht. Schriftstellerin. Eher weniger, vor allem, weil wir sowieso keine Bücher schreiben dürfen. Sportlerin passt überhaupt nicht zu ihr. E-Sportlerin und Start-up-Unternehmerin. Ja, gut, weiß ich jetzt nicht so. Und Verbrecher, Boss oder Orakel. Und Orakel. Ja, hm, ich weiß ja nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann können wir immer noch entscheiden. So, dir geht es soweit gut, Chloe, ne? Ich überlege, wollen wir uns ein Sofa anschaffen? Ist es schon soweit? Ach komm, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, was das kostet. Ein schickes Sofa. Oder so ein Sessel? Oder erst mal nur ein Sessel? Wie teuer sind die denn so? 160? Ach, das geht ja. Ich muss natürlich noch die Rechnung bezahlen. So viel ist klar. Ich finde das ganz schön. Also, es muss jetzt nicht wieder das Billigste vom Billigen sein. Das ist nice. Wie groß ist das? Oh, das ist sehr groß. Modernes Sofa. Das ist auch sehr groß. Mal eben gucken. Es wird dann... Ah, da kommt sie gar nicht durch. Okay. Da würde sie so gar nicht durchkommen. Nehmen wir doch ein kleineres. Was ist da mit Offenbarung? Ja, das ist doch ganz süß. Mit grünen Armläden. Wir haben jetzt die Wände rot. Das werde ich vielleicht auch nochmal ändern. Ich finde weiß eigentlich immer ganz schön. Ach komm, ich kaufe das jetzt mal in weiß. So, da muss ich nur schauen, dass sie da wirklich noch vorbeikommt, ne? Mal auf, da ist die Tür. Wenn ich das so hinstelle, dann stellen wir das auch mal dahin. Da müsste sie ja theoretisch noch vorbeikommen. Gut, wir haben jetzt keinen Tisch und nichts. Aber gut. So, die Tapete. Ich wollte das nochmal ändern mit dem Rot. Das gefällt mir doch nicht so gut. Aber pass mal eben auf. Dafür müssen wir... Oh, sehr schön. Dieses Licht. Mach das mal bitte an. Und das hier auch. Dieses Licht. Nur mal eben kurz. Ne, das Rot finde ich doch nicht so toll. Also hier was mit Stuck oben dran ist, schon in Ordnung. Ich mag ja auch solche Farben gerne. Ich weiß, dass das nicht viele mögen. So was Tristes und Grau. Aber ich finde das eigentlich immer sehr schön. Oder so Pastelltöne. Was ganz Helles. Ja, das geht natürlich auch, ne? In Lila. Passt nicht wirklich zu Chloe in Hellblau. Ja. Ich würde fast sagen, das geht, oder? Das geht. Dann ist es nämlich schön hell. Ja, das geht tatsächlich. Den Rest lasse ich mal so. So, und auf jeden Fall wieder... Nein, nicht einschalten. Dieses Licht ausschalten. Dieses Licht auf jeden Fall. Und dieses hier auch ausschalten. Was machst du, Chloe? Ah, du spielst ein bisschen Gitarre in der Natur. Ja, ich überlege gerade, ob wir mal wieder irgendwo anders spielen gehen. Könnten wir eigentlich machen, oder? Uh. Uh. Na, sehr schön. Weil so können wir uns schön ein bisschen Kohle verdienen. Und ich weiß nicht, ob das hier funktioniert, wenn wir uns einfach hier auf die gegenüberliegende Seite stellen. Agent 47. Na, ich weiß ja nicht. Oder aber, pass mal auf, meine liebe Chloe. Hier war nichts mehr, was wir graben können. Pass mal auf. Dann... Wer ist denn hier? Bist du eine Gärtnerin? Sieht es auf jeden Fall so aus. Ich möchte noch gerne ein bisschen was ausgraben. Na, Schatzgraben. Ich meine, wir haben jetzt die Schatzkarte. Vielleicht haben wir wieder Glück und bekommen eine Voodoo-Puppe, die uns 900 Semoleons einbringt. Das war sehr schön. So, da kommt die gute Chloe auch schon. Na? Ach ne, das ist halt nur wieder ein Kristall, oder? Oh. Aber sie kann da trotzdem nach Schatzgraben? Na, ich bin gespannt. Was ist es? Oh, eine Kapsel. Gut, äh, Kapsel natürlich verkaufen. War jetzt nicht so ergiebig. Pass mal auf, dann... Ach, die ist schon weg. Ne, doch nicht. Die ist hier noch. Dann werden wir doch hier mal ein bisschen ernten. Ich meine, wenn es hier so bereitwillig rumsteht, dann nehmen wir natürlich alles mit. Ernten. Da konnte sie auch was weiterentwickeln, sehe ich gerade. Ah ne, das kann sie ja gar nicht, weil das nicht ihre sind. Wem gehören die Pflanzen? Gehören die dir, oder was? Du siehst zumindest so aus, Alexa Steffens. Oh. Was denkt sie jetzt? Chloe klaut ihr meine Sachen, oder was? Sie will mit ihr quatschen. Rein theoretisch. Ja, ich breche es mal kurz ab. Das ist auch die Frage, ne? Wir sind jetzt eine junge Erwachsene. Ähm, können wir deshalb auch mit Erwachsenen sprechen? Oder aber nicht? Ich würde fast sagen, ja, ne? Also rein theoretisch schon. Wenn wir uns das mal vorstellen, Teenie reist von zu Hause aus, wird dann irgendwann erwachsen, dann hat sie ihr eigenes Leben. Ich meine, da kann ihr Mutter Joyce gar nichts mehr. Hast du alles schon geerntet? Wow, das ging schnell. Hier, wie sieht es mit dem Baum aus? Kannst du auch mal ernten? Ableger nehmen brauchen wir nicht. Und dann verkaufe ich den Krempel natürlich. Ah, wir haben noch keinen Apfel. Wir haben noch keinen Apfel. Stimmt, Zitronenbaum haben wir, soweit ich weiß. Wenn nicht, ist das aber auch nicht schlimm. Na, kommt schon. Kommt. Hallo, ihr Karotten. So. Das hier verkaufen wir auch. Und einen Apfel könnten wir dann rein theoretisch schon einpflanzen, ne? Wir haben doch jetzt nur... Das ist unser Zitronenbaum, genau. Und das hier ist der Birnenbaum. Alles klar. Ja, Chloe, du willst da ein bisschen quatschen. Ach, das sind Tomaten. Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Äpfel. Ja gut, Tomaten haben wir aber auch nicht. Von daher, pflanz doch einfach mal da so eine Tomate hin. Pflanzen. Dann brauchst du da nicht quatschen. Und ich kann den Rest verkaufen. Jawohl. Boah, wir sind voll die Selbstversorger. Total toll. Nur, dass wir den ganzen Grab immer verkaufen und irgendwie nie was damit kochen. Oh, Moment. Da konnte man doch wieder weiterentwickeln. Boah, das geht jetzt echt fix voran hier, ne? Da kannst du nochmal bitte bewässern. Ja, ja, was auch immer du zu der Pflanze sagst. So, die harte Arbeit hat sich natürlich ausgezahlt. Ihr geht's echt gerade ganz gut. Das freut mich. So, sehr schön, Chloe. Ja, wunderbar. Haben wir denn hier noch was? Ach, hier könnte sie mal wieder angeln, ne? Salbei. Ne, nicht hier hingehen. Pass mal auf, kannst du ernten und von mir aus mal wieder angeln? Mit Köder angeln? Ach so. Ach so, äh, nein. Dann gehen wir natürlich so angeln. Ich möchte nicht die Frösche da als Köder benutzen. Das wäre ja schön blöd. Das ist eine unserer Haupteinnahmequellen. Da kann sie jetzt besser ein bisschen was ernten. Können wir vielleicht... Jetzt müsste das doch gehen, oder? Wir können doch auch damit... Pass mal auf, mit Köder angeln. Salbei, ja, geht doch. Sehr schön. So, Chloe, dann würde ich sagen, wird es mal wieder Zeit, die Angel ins Wasser zu werfen. Ein neuer Fisch. Ja, supi. Einen guten Fang. Ein Goldfisch. Für 18 Molions. Naja, ich weiß ja nicht. Oh, wow. Oh, wow. Das ist überhaupt nichts. Schade. So, der Goldfisch kommt direkt mal weg. Und so langsam hast du auch Hunger, ne? Oh, ja. Ich habe gerade eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal nachgeschaut habe. Ich möchte es nur mal eben kurz wissen. Rakete. Passt mal auf. Das hier ist die normale? Ist das die ganz normale Rakete? Ich glaube, ja, ne? Retro-Raketenschiff. Okay, aber bevor wir... Ah, nee. Die könnten wir kaufen für 5000 Simoleons. Raumfahrtechnikfähigkeit. Boah, Leute. Ich hätte da irgendwie so Bock drauf, ne? Mit der Rakete. Wir könnten uns auch einfach irgendeinen Job suchen. Von mir aus auch als Musikerin oder so. Und kaufen uns trotzdem die Rakete. Und schrauben da dann ständig dran rum. Ich fände das irgendwie total super. Na gut, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu den ganzen Fragen, die ich diese Folge gestellt habe, in die Kommentare schreiben. Ah, Chloe, was gefangen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Uh, ein neuer Fisch.